willkommen mein name ist die europäische besuche ich zurück zuletzt bei smash bros ultimate ja es läuft irgendwie jetzt ich weiß nicht wie aber irgendwie läuft es ich habe keine ahnung was ich rede durch die letzten paar sagen noch einmal zu maf und hoffentlich kriegen wir da noch mal ein bisschen mehr geregelt schauen wir uns mal geister an lipsticks bringt jetzt nicht so fernkampf waffen wie bögen und beams kampf geben mit vergeltung snarre mit stärker je schlechter es der geht es aber nicht deswegen verliere ich nicht so schnell nicht schnell wegen mehr gewicht gut wenn man ja irgendwie öffnen lässt keine ahnung wenn wir nicht ricky der gegner springt sehr häufig heute sprungkraft für gegner damit wenn wir wohl noch klarkommen oder schon nervige sachen passiert dann bin ich eigentlich immer so am rest dieser knarre wieder hat seine richtung geändert man geht ab denn ich kann auch kontan das wird das dinge stärker werden verdammt weg das ist kaputt gemacht ich habe konnte ein gesetze irgendwie läuft hier nichts was ich so will ich habe all diese riesigen pläne aber ich kann sie nicht umsetzen der umdrehen kann mittendrin dort gibt es einfach wie konnte ich konnte wie schnell er jetzt mit seiner klinge ist natürlich da kommt er und schon sagen nein stärker angriffe mit den armen okay und da war irgendwie eine röhre also kann ich da rein teleport röhre oder was weiß ich nein ich komme da nicht durch die kollegen gehen also jetzt oft sein ist der spezialstandard einen kampfverlauf massenweich seitens der gegner jagt nach item weil es hier schon wieder los ich habe eine knarre hier wenn es irgendwie nicht so schon bin ich werde zurück bei der blume oh gott dann sind sind da nicht mir ich weiß was für dinge hat sind ok nein oh gott die explodieren ja komm komm gesagt komm ah 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 okay marv läuft besser marv zu coolen marv marv ist auch jetzt sind wir später einer genau tiki mal kalypse und im wendy erstalt mit raketen wurde das lauft im vorgegner nicht nur gewicht plus oder ding brauche ich nicht mit den armen finde ich alles nicht so gut aber wenn man halt machen hat man halt dagegen machen besser spielen kalypse oh gott da wird nicht gut gott das ist eine dieser kämpfe oder weil immer wenn ich konnte dann und aufwand zweifel ob sie es wissen ich bleibe hier jetzt glaube ich sicherer lande und auch anzugreifen gibt es einfach nicht wo ist das jetzt hingegangen nicht fortsetzen nein ich gruppe ändern ja schon hat schaffe ich wieder nicht woanders hin und das pick man auch viel grott ging mir noch gar nicht gekämpft ich habe noch gar nicht gesehen der bodenvorsatz schweren schaden ha ha austausch mal reduziert die kp jetzt geht das auf 0 das wird sehr nervig nicht mehr aber erwartet ein charakter zwar unten spiel zwar unten des gegners ist stärker der gegner setzte luft auf sein spezial unten ein bob obend ja alle items bob obend stand da gerade und zwei von denen natürlich wer kann auch durch schaden kriegen ich bin der bessere schwertkämpfer wie das meister schwerten und ich habe da falsch schon ich kann riesen drachen töten immer mal kontrolle ich habe gerade so ein boom gehört schon wieder sind immer wenn ich konnte einsatz muss das nein boah so boom kritik dreifache schaden so viel schaden machen grittscht treffer ein feiern blenden wir gehen immer voll selten irgendwie neue kämpfer ich meine da habe ich schon wieder gerade eingesehen aber trotzdem und einmal hier ring klickung gibt 30 stadt schaden stärkt dafür abwehr ok ich habe gesagt will schutzschule bist du denn es geht der boden senkt tempo und sprungkraft und wir kämpfen gegen pummelhoff wir kämpfen gegen hat fummelhoch ich bin trotzdem minera sagen wir nicht schon wieder rest spams was war das denn jetzt danke wo bin ich langsam okay wie ja komm her nein mal wer so gut gewesen ich war zum kampf dem herr und er war gut wo ich wollte eigentlich mit diesem einstoß angriff hier gegen den bauern wie ich sagen ob normal walzer gegen den walzer angriff von pummel auf ihr kontern er wird gut gewesen das würden so zwei falken punch aufeinandertreffen da haben sie ja auch voll wieder wollen sie den nicht hinzugefügt ist auch gut ich bin stärker aus der ausmeldung kpc auf 0 helfen wir machen wir das leben schwer super also mama sonic mit dem shadow design kanter nein hier vertrag ich kann man jetzt auch angreifen wenn man so schnell wie schnell ich bin man oh gott dann schaffe ich doch nie im leben alter noch immer als nächstes sind es wäre die frage wir wissen es wieder nicht wohin versuchen wir mal diesen terror klingt schon wenn da ist doch genau wie hier dinge mit mit robin ihr bonus labern und 2 alter das kp auch noch ihr habt noch 10 kp okay das ist jetzt doch nicht so schwer glaube ich ja irgendwie nicht irgendwie nicht ich meine ich bekomme zwar massig schaden aber das mensch zu plexe geben ja okay weil er ist machbar ist sowas von machbar nein lassen die nachvollziehst du es wurde okay ja ein schlag und sie sind weg nein war dieses blöde laba dinge so einfach nicht ich habe okay 0,4 kp gab also ich brauche mal andere charaktere ein mit markt bin ich jetzt auch nicht der aller schlechteste aber der griff tut die auch schon so einfach geht hat dann stelle ich mich eigentlich so doof an ist gut aber jetzt unendlich aufladen kann war frisst hat du kommen ja frisst hat drohtes pick mir ein frischer schaden durch feuerböden das wäre gut dankeschön hört ich glaube jetzt kommen wir zu neuen charakteren das ist jemand vernünftigen sein da will ich sowieso nicht lang also kaputt gemacht diese blöde kuh die brücke irgendwie reparieren kannst dann kannst du einen weg fortsetzen jetzt hat donkey kong ok nehme ich doch gekommen kann man anfangen wer ging den letzten kampf wäre er richtig gut gewesen damit ich einfach nur einen angst werden können da lässt sich nicht bleiben das ist aber wenn man nicht oder nicht Coward goll komm komm wir gehen also zehn sachen auf einmal machen außerhalb der stage und ich da nicht hin da kann man ja wollte eigentlich nicht machen so einfach kann hat gehen donkey kong kämpft nun mit gott irgendwie ironisch hatte ich mit dem rabbit kommen diesen kampf gewonnen okay zeige er mal her 29 mit starren verwundbarkeitsphasen beim landen freien länger hat leicht starke leicht stärkere griffe und würfe stärkt schild haltbarkeit steigt alle mit aus mensch leicht macht gegner schild zerbricht ich ja jetzt alles nicht so gut spezialtechniken also freien noch starren und griffen was hier mal arbeiten dann wechseln wir mal zu die k ich wollte nicht kampf breiten mein goldner nuss hau slash mega wohnestempo schwung außerdem setzt auf luft hinten ein schön für ihn erkennt mich so schwierig obwohl das sind schon wieder drei gegner klappt hat alter wenn wir zwei schlägen weg er war einfach gut ich gut manchmal muss jetzt halt ein bisschen einfacher sein ich sollte mal vielleicht zurück zum menü gehen um zu gucken ob ich um die watt freigeschaltet habe oder so ne so läuft das quitter gesenkt lauf kämpfen tempo für dich das ist kein problem mit donkey kong noch sonst nix ich merke auch gerade wir sind in sohn donkey kong gebiet gott ich kann da kommt von der stelle mein gott ist auch von angepasst direkt mit deinem raketen dingen ich tue die kommen ja voll irgendwie zeigen wir ja der alpha männchen ist also ich glaube so lange auf den loswart ich kriegte nicht ich war schon hat dennoch auch verdammt stimmt er hat ja eine neue wo kann ich dich auch mal wieder treffen hat der anfang nicht so einfach dann kriege ich einfach nichts mehr gebacken ich komme jetzt dahin na alter ich bin so lang war wie pizza in die fresse macht ihm gegen klebeböden war oder das wäre gut gewesen jetzt mit dik läuft halbwegs rayman da war mir und mayu amakura ich irgendwie von diesem geister spiel wo man irgendwie fotos machen muss fatal frame smash auf zeit sie geht mal zwei bei hohen gegner schaden helfen wir machen wir das leben schwer der gegner versucht abstand zu halten erwarte da sie dies auch neu stimmt nehmen wir die auch mal ja ich glaube sie sind von feld of rain muss die geister mitten mit ein foto apparat fangen verbanden was weiß ich und schon sagen wird jetzt darunter na 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 das ist auch voller torspiel wir machen das bei nintendo ja nintendo hat keine haus spieler genau weg manchmal diese einen machen wenn er schaden durch gift es gibt gift okay dieses ding eine blume alt neues gebiet spekter night richter mit der todes erhöht lauftempo für gegner hat was ist die todesense da ist eine sense die machte da ist ein one shot kill auf den arm nehmen dagegen machen lustig wahrscheinlich überhaupt nichts bei da kommt du musst mir an mich herankommen mit dem ding das nicht so hat und er mich herankommt gut müssen wir mal ob der nächste kampf auch noch machbar ist und dann kommen wir mal leiter captain kugel fisch nie box sei genau hier aber das war von sparton stärker fernkampf waffen gegner mit lauftempo ist gegner da ist die feine box musik und zwar ton was hat er mir sie sogar aus wie der falsche richtung war er hat immer sondern seine knarre sehr gut bild aktivitätsleiter geist ich habe mal noch ein kampf mal schauen irgendwas ganz so in den aktivitäten kämpfen kugel fisch besuchen ok das können eine primärgasse noch kampfstil erlernen auf diese weise kannst du sie spezialisieren uns mit neuen gegnern aufnehmen hey roma feiern beim fates erlernte dojo sie sind keineswegs in stein gemeint sondern können jetzt hat gerne vergessen werden lassen experiment freude also freien lauf und bekomme ich habe schon auf die gewartet schon ja dass ihr geschieht mit gasten die meinst ihr lernen was darf sein noch mal ran still lernt der geist kann wieder ein land natürlich aber da habe ich jetzt teils boden das bedeutet dass ja ja dann machen genug von den bingern ich kann die sitz sagen das also wie die pokémon pension nämlich mal ein bisschen boden der stück stil boden steigt angeboten lauftempo angriff luft sprungkraft ok ich glaube damit kann ich leben gut wie es mit der karte aus lebt sich schon mal tierne korknamen gut würde ich sagen wir machen hier einen schnitt in der nächste folge sehe ich euch dann wieder bei super 2 spross ultimate danke ich alles zuschauen sagt schau bis zur nächsten fall bis zum nächsten fall